In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig krassen GTA 5 Online Money Glitch, da du wirklich innerhalb ein paar Minuten mehrere Millionen GTA-Dollar machen kannst. Bleib auf jeden Fall dran, weil dieser Money Glitch ist wirklich mega, mega einfach und mega simple. Du kannst das wirklich auf jeder Plattform machen, auf der Playstation, auf der Xbox oder PC, es ist wirklich völlig egal. Du kannst das Ganze solo machen und brauchst für diesen Glitch auch überhaupt gar nichts. Bevor wir aber hier mit diesem heutigen Video anfangen, möchte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar verlose ich wieder heute 100 Millionen GTA-Dollar bis nächste Woche. Wenn du bei dieser Verlosung mitmachen möchtest und möchtest unbedingt bei dieser Verlosung auch gewinnen, dann tust du jetzt einfach diese Sachen, dann bist du auch direkt bei dieser Verlosung dabei. Und zwar erstens like dieses Video und zweitens abonniere meinen Kanal und drittens schreib ein schönes Kommentar. Wenn du diese drei Sachen gemacht hast, dann bist du automatisch bei dieser Verlosung dabei und dann wirst du am Ende der Woche auf jeden Fall bekannt gegeben, ob du das Gewinnspiel gewonnen hast oder nicht. Wie gesagt 100 Millionen GTA-Dollar. Apropos möchte ich auch nochmal ganz kurz loswerden und zwar, falls du gerade gar kein Geld in GTA 5 Online hast und du bekommst irgendwie gerade kein Glitch hin oder du hast gar keine Lust irgendwie ein Glitch nachzumachen, dann kannst du auch gerne unten in der Videobeschreibung bei meinem Partner vorbeischauen, Loot4Games. Und zwar Loot4Games bietet dir wirklich mega, mega geile Angebote an und zwar kannst du dir da so geile Sachen kaufen und das so günstig. Mit dem Rabattcode GLOPOYT bekommst du nochmal 10% Rabatt auf jeden Einkauf von dir. Da kannst du dir wirklich so viel Geld kaufen und das so günstig, also viel, viel günstiger als irgendwelche Shark Cards. Geh auf jeden Fall mal bei Loot4Games drauf, falls du gar kein Geld hast und dann kauf dir gerne einfach mal richtig fett, kauf auf jeden Fall mal richtig fett ein bei Loot4Games. Wie gesagt, du kannst da 10, 100, wenn nicht sogar noch mehr Millionen GTA-Dollar kaufen und das mit meinem Rabattcode für 20 Euro vielleicht oder sowas, dann bist du richtig geil dabei. Das Ganze ist auch wirklich, du wirst dafür überhaupt nicht gebannt oder sowas. Das ist so bannsicher und du bekommst das Ganze innerhalb von ein paar, ein bis zwei Tagen bekommst du das auf deinem GTA-Account. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit diesem Money Glitch und zwar das Erste, was du dafür tun musst, ist erstmal hier Interaktionsmenü aufrufen und erstmal den Geldautomat auswählen. So, dann solltest du jetzt irgendein Geldautomat hier jetzt, musst du da hinfahren, es ist völlig egal, welcher Geldautomat du hast. Du solltest ein bisschen Geld drauf haben auf dem Konto, nicht viel, aber ein bisschen sollte auf jeden Fall was drauf sein, also 1000 bis 2000 Dollar sollte auf jeden Fall mal auf deinem Konto drauf sein. So, in meinem Fall sind wir hier beim Automat und wir drücken jetzt die rechte Pfeiltaste und dann solltest du jetzt hier auch gleich Zugriff drauf haben. Das Ganze, was du jetzt erstmal machst, du tust jetzt erstmal einzahlen und zwar völlig egal, wie viel Geld ich in meinem Fall tue jetzt einfach mal hier das ganze Geld einzahlen. In deinem Fall musst du das auch machen, dann drückst du X und gleichzeitig die Optionsstaste, also auf Ja und gleichzeitig die Optionsstaste gehst du auf Online und gehst einmal auf GTA 5 Online verlassen. So, wenn du das gemacht hast, wie gesagt, kannst du einfach währenddessen hier ganz einfach mal gechillt meinen Kanal abonnieren, würde mich übertrieben freuen. Wir sind kurz vor den 16.000 Abonnenten, würde mich mega, mega freuen, wenn wir die dementsprechend bald schaffen würden. So, dann solltest du jetzt hier auch wieder bei GTA 5 Online sein und zwar bei Maike, gehst du wieder auf Online und gehst diesmal auf GTA 5 Online spielen und gehst diesmal in eine geschlossene Crew-Sitzung. Wichtig, Crew-Sitzung in einer anderen Sitzung wird das Ganze nicht funktionieren. Währenddessen möchte ich dich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wirklich nochmal ganz kurz, das soll auch nicht nur hier Werbung sein oder sowas, wirklich, schau gerne mal bei meinem Partner vorbei, Loot4Games. Es sind halt einfach so krasse Angebote, wirklich so ultra krasse Angebote, momentan sind sowieso Rabatt auf jeden Einkauf irgendwie drauf oder sowas, also sowas von runter, die Preise. Also du bekommst wirklich für ganz wenig Geld so viel GTA 5 Online Money für 10 Euro, für 15 Euro, für 20 Euro, wenn nicht sogar noch günstiger. Du kannst dich da wirklich komplett reich kaufen und das Ganze ist auch wirklich so 100% legal und du bekommst da wirklich innerhalb von zwei Tagen dein Geld. Wie gesagt, mit dem Rabattcode Loot4Games würde ich auf jeden Fall mir nicht entgehen lassen. So, dann bist du jetzt auch hier wieder in GTA 5 Online und zwar in der Crew-Sitzung. Dann gehst du wieder auf den Automat zu, wie du siehst, hier Crew-Sitzung, rechte Pfeiltaste drückst du und jetzt musst du untere Pfeiltaste drücken und jetzt das Viereck drücken. So, dann steht hier schnell WDH.1. So, dann rechte Pfeiltaste auf den Automat drauf. Es ist wirklich ein mega schneller Money-Glitch. So, dann drückst du jetzt hier auf Abheben und dann tust du hier ein bisschen Geld abheben. 10.000 tue ich in meinem Fall. Du kannst viel weniger abheben und das Ganze tust du auch wieder. Einzahlen drücken und gleichzeitig Options-Taste drücken. Dann gehst du auf Freunden beitreten. X drücken. So, jetzt sollte gleich diese Meldung hier kommen. So, wir warten hier ganz kurz. Und diese Meldung sollte jetzt auch gleich kommen. Wir warten ganz kurz. Genau. Es konnte keine kompatible GTA-Online-Sitzung mit Freunden gefunden werden. Bla, 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 bla. So, da wartest du ganz kurz 3 Sekunden und bestätigst das Ganze. Und jetzt solltest du, ja, Geld bekommen haben. So, jetzt solltest du GTA 5 Online Money Geld bekommen haben. Und das ist relativ sogar viel, muss ich sagen. Macht den Glitch auf jeden Fall mal nach. Teilt das mit euren Freunden. Würde mich übertrieben freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Club Perino.